... die Tiere etwas, die auch mitarbeiten. Die anderen klicken extra, zum Teil hinter den Kulissen. Ihnen ist sicher aufgefallen, die Sehbären, die schlafen alle da drüben. Die haben heute Morgen schon ihre Ration gekriegt und gar keinen Hunger mehr. So, eigentlich sollte der Gustav mal auf seinen Platz kommen. Hier, der muss nämlich aus dem Weg. Ja, holly wird schon langsam ungeduldig. Was braucht, du kriegst schon mal einen Tisch von mir. Gustav, wie sieht's aus? Kommst du mal rauf hier? Komm, wir brauchen nicht mal hier vorne. Komm mal auf seinen Platz. Ja, komm.